Herzlich Willkommen zurück zu GTA 5 Pack Nr. 38 und ich habe da gerade ein M gesehen. Da fahren wir ja spontan mal hin. So in der Zwischenzeit, Moment ihr zeigt mal, in der letzten Folge war ja hier oben ein Buchstabe, das habe ich dann auch gemacht und da muss ich jagen gehen, Hirsche jagen oder Wappetis und nach dieser Mission kann man dann Geld verdienen, wenn man dann privat Tiere jagen geht. So, jetzt ist es jetzt der M, warte mal, so. Ach die. Oh, es ist du? Was bist du, Idiot, zu? Wir unterstützen dich in Amerika. Das bedeutet, dass es sein Leben ist. Ein glücklicher Land, der mögliche Genozyd, und das heißt, dass es sein Leben ist. Jesus! Hey! Hey, was ist das? Die Illegale, die in den Ort. Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! 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 Du hast noch diese Stung-Gun? Oh, ein guter Mann. Ich bin immer bereit. Oh, oh, die Depthel-Troll für 500 Dollar. Du auch sind komplett loko. Hiff, du verbringst meinen Sprache, du wirst, was das bedeutet, oder? Du hast diesen HIPPIE-NONSENSE aber ich weiß, dass du ein Patriot bist, Trevor. Ich kann dich einfach ausfragen. Okay, ich versuchze mich, um ihn zu verbrechen. Okay, ich versuchze mich, um ihn zu verbrechen. Hey, Civil Border Patrol, ich sehe dich, wo ich sie sehen kann. Das ist ein Bürger-Nehmer. Hey, der ist drei Schockladungen jetzt abgekriecht, ey. Umbzingelt, alter. Geh in das Auto. Geh in das Auto. Keine Faxen machen, ja? Danke. hey thanks point we go for the cement factory we got reports of more illegals working over there where are you taking me this is a kidnapping for you to go home to Mexico sir what are you talking about this is my home I have my papers right here oh yeah well let me see that oops easy to go with his kitchen you won't get away with this I report you you want to report me are you sure this old man's a threat to American freedom sure as I've ever been about anything Jesus you're a real fuckwit fuck fuck money you're out of control nobody move they're there on the bank step on it Trevor well no that's an admission of guilt if I ever saw one probably cartel members or child molested who the hell are you guys who the hell are we 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 who are we are americans go to the americans he doesn't even speak english yeah but he can sing the national anthem like a choir boy sometimes this is the weight of the club oh shit oh shit wow no why why wa why why Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der Lück war das nicht fest. Nein, nein, nein. I'm getting in, okay? Gracious assholes! All right, fellas. Let's go back for the other one. Are you out of your freakin' mind? What? What? Haha. Geil. Der Russe, ey. So, wo denn jetzt? Well, good work everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. Okay. Ja, toll. Oh, ich kann die Bikes nehmen. So, I just get left here? We made Uncle Sam proud today. Ja, super, ey. Was für Kollegen, Alter. Okay, sind noch nicht mal Kollegen. Ja, ja, weg, 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 weg. Ich will sprinten. Ich will zum Motorrad. Schnell. Okay. Da betriffe versinkt halt die Schnauze. Los, los. Alter. Willst du noch da? Okay. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Ja. So, und wir haben dann nämlich ein... Oh, ach so. Oh, der kommt genau entgegen. Jawohl. Das ist nämlich ein fahrender Militärausrüstung. Äh, das ist Wagen gedöhnt oder sowas, glaub ich. Wenn ich mich nicht täusche. Was? Hm, okay. Jetzt ist es weg, oder wie? Ach, fickt euch, Alter. Na gut. Moment, ich fahre kurz jetzt zur Seite. Das Handy nehme ich raus. Ups. So. Aber... Ach, zu weit. So. 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 Ich würde euch vorschlagen, wenn ihr jetzt nichts mehr kommt, mache ich schon kurz einen Cut. Und dort sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. So. Ich bin nochmal zurückgefahren. Das Haar ist wieder aufgetaucht. Nee, das ist komisch, Leute hier. So. So. Da sieht es aus, dass ich mich zerstört finde ich nicht. Okay. Das ist ein Konvoi, ja. Meist ist am besten. So. Ich versuche es mal mit der Straßensperre. Oh. So. 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 Okay. Haha, das war. Double, sehr schön. Headshot. Ich glaube das war's. Ich habe keine Muni mehr, nur noch drei Schuss. Mal kurz. Nee, das müssten alle gewesen sein. Ich geh mal mal hin mit dem Schwumgewehr. Da hin ist noch einer. Sehr schön. Da ist noch einer. Ich hab sie. Jo, waren alle. Munition. Oh, der. Ich habe Hunger. Ist das bekloppt oder was? So oder nicht. So, aber. Das Ding haben wir. Sehr schön. Messlabor. Drei Kilometer. Ach der Scheiße. Mal Mucker anmachen. Nein, mein Auto. Egal. Da fähren wir die Mission erst fertig. Mannschaft. Achto vielraine. Dankeschön. Boah, sieht das geil aus. Ich bin schneller, Alter. Da kommt ein paar Postgefahr, das gibt's wohl nicht. Ich glaube, zackt's hier. Hm, und besicht sind da. Hinkalie. Militär ist lustig. weil es okay wahrscheinlich müsste es hier vier oder so anlegen aber egal kommt etwas nicht gewählt das ist ja der molester bro we got ourselves military hardware spark out back in my office all right we might be ready to move on this thing meet me up in the lab okay oh ja nur scheinen der hochtrampeln zack zack jibs 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 und die zeit wieder gewechselt schneller gemacht jetzt ist es nur in der proprie und er sich umgezogen es ist es ist eine andere von deinen fucking disasters das ist das ist es ist erst du gehst eine schweizung gegen meine 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 und dann kommst du eine gewisse romanzi von der haupte mit ihr sie ist sie ist eine 60-jährige Frau wieso sie ist 57 und sie denkt dass ich bin ja ich sage dir etwas 30 Jahre von der婚st zu der Welt angriest mobbos würde niemanden du machst meine Situation viel einfacher Oh, da ist eine Überraschung! Ich wusste was von dir zu sein! Ich vermute meine Familie! Oh, du bist voll von Schein! Alles, was du verletzt hast, und jetzt, dass sie weg sind, du vermust sie! Ich erzähle dir was, was ist unglaublich! Hey! Hey! Enough! Du hast mich hier rausgebracht. Du hast mich in deinem Verrückteren Verrückteren. Wenn es lief, neue A's, und argumenten über wie eine gute Leben war, ich könnte mich in Los Santos bleiben bleiben! Hallo, Franklin! Was ist das? Okay. Hier ist das Schuss. Wir gehen nach Palano Bay, und wir machen das. Any Fragen? Kommentare? Ja. Frau Brad, dieser verrückte Scheiße war mit uns jetzt? Er würde das lieben. Er hat sich nicht mehr an, sondern er hat sich nicht mehr an, zu verletzieren, bei einem Gewalt verletzieren. Danke für die Erinnerung. Jemand anderes? Was für mich? Er wird sie auf den Berg, um den Weg zu gehen. Okay. Die drei gehen in. Sie holen die Tape. Sie gehen mit dir, und du wegst. Ist das, für alle? Great. Los geht's. Okay. Dann wollen wir das Ding durchziehen hier. Moment. Was war das Ding? Shit, ich weiß nicht, Mann. Ich kann nicht erinnern. Komm, Mann. Jeder erinnert sich das erste Mal. Oh, shit. Nicht ich. Komm, Mikey, was war dein erste Bank? 88, auf der Karte von Karser City. Wir haben eine kleine Franchise für 10G. Ja, Dinge waren leichter damals. Ja, 25 Jahre. Jesus! Jeff, will you tell these gentlemen about your first job? Tea, Mann. You could just as easily. You tell them. I'll do a sanity check. Trevor, the ultimate judge of sanity. Well, it was, uh, part of the interview process, I guess is how you call it. Trevor knew I could cook. I wanted to see if I could handle myself. This cash for gold guy comes through town. It's good the reason he had funds. Next thing we're burying him and his bodyguard in the junkyard. Well, most of them anyhow. 50 K. He did fine. He's better at all aspects of the job now, from killing to dismemberment. Hey, your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are, on our way to almost certain death, bonding, pouring our hearts out, and this guy is sitting here, soaking it up, and giving nothing in return. Hey, if he don't remember, if he don't remember, I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his first paint job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. I'll back the facts. The checks cash place. I went in, took him for eight grand, walked out. Yeah. It was a bit more complicated than that though, wasn't it, T? Maybe I knew the guy. Maybe he ID'd me. Maybe you did six months. Maybe I was out in four, and that children is why we don't leave witnesses. That children is why you don't rob people that you know. Franklin. Share. Yeah, come on kid. It can't be worse than Trevor's. Aight man, shit. Okay. The score was like two stacks man. 2G? Take home on your first gig? That ain't bad man. Man, the whole score was two stacks. Only I didn't see none of that shit. Die pack went off homie, money was useless then. Die pack? You amateur. Sure. I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Last time I'll tell your ass something. Okay. Ow, come on. Don't be so cold man. Learn to laugh at yourself. Alright, Frank. We're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready because we're gonna wanna go ASAP. I'm gonna get away man. I'll do it. Zack. Alright, you know where you gotta be? I got it damn. I'll bring a die pack just for you. Hahaha. Geil. Oh my god, I'm a Franklin eh. Ah, I'm a Franklin. So. Are you ready for this? Yep. I could use a restroom break. Hahaha. Das Klo. Alright, we all good? Let's hit him. Let's go. Let's go. Have we got an MG? Oh, we guys have an MG. Is this happening? We want a few minutes of your time. Get down. Come on then. Let's do it. Today is going one of two ways, friends. Everyone on the floor. Now. You and you. Out from behind the counter. That's it. Hands in the air. I think the door is ready. Get over here and kick it in, Em. I think the door is ready. What should I do? Okay. Just sit this out. Em, it's an auto. Stay down. Ah, okay. Oh, oh. If I meet this alarm guy, I'll fucking shoot him. Not if I get to him first. Yeah. Stay back! We got hostage! Tell the sheriff, the 2-11 is confirmed. We're gonna need everything we got down here. We're gonna need everything we got down here with me. There's no way to go. Go ahead, move back. From the edge. You have to go down here. We're here. We're never going to beat that response. There's other ways of beating it. Und äh, wir sprechen wie... Ähm, äh, irgendwie geil. Yo, Juggernaut hier. MG, what the fuck. Jawohl, jetzt geht's ab hier. MG, ratatatatat. Mems. Mems. Wolling. Einmal ein Pfeifer. Ich hab Eis im Meer. Tief, kalt, die Böden. Wolling. Wenn der Pfeifer wieder, geht's. Wolling. 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 Danke! Jetzt rauskriegen wir uns hier raus! Los geht's! Ich hab dich in die Hand! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Monti, ich hab keine Zeit, dass sie sich in die Hand nehmen! Wissen Sie was? Ich denke, dass ich die Polizei hinter dir wäre. Und warum nicht derjenige, der die Freunde in der Rückseite stammt? Ja, Herr Präsident! Ey, diese Polizei sind in der Bühne! Du wirst nicht hier rauskommen! Hörst du das, Leute? Scheiße! Wir sind nicht auf dem Wasser! Wir gehen nicht durch das, das mit 50 lbs. Blast ihn! Ich bin Juggernaut mit MG, warum sagt die Geld auch? Durch, Alter! Kannst du findest einen Vehikel? Sonsten könnte etwas stehen auf dem Weg! Das ist eine Konstruktion! Oh, mein Gott! Das funktioniert. Stay behind it! Wir müssen durch das ganze Block! Das wird's tun! Die Troops sind hier! Wir 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 gehen hier! Wir sind hier! Oh, aber wir sind hier! Du sehenliness! Es ist hier! Ja, geht doch da! Ach so! Oh, das ist okay... Oh, Heli Heli. Oh mein Gott! Der Heli... We are not doing this kid to buy one of those choppers? Heavy It's paid off the military shit! Corrupt government scumbags! War vehicle! Now this is where our defense spending goes! Take cover! Gotta reload! You wanna fight for what? Fight for Anunnaki! You're being a dumbass soldier! Don't start a war! Don't start a war! How the fuck is Uncle Sam involved? Ben, Ben! Oh, oh! If we all go, they'll get behind us! How about I push this way while you're in with Franklin? Then we get out of here! Go! It's like a... Yeah, bug o' fuck, yeah... This is it! Was it? Hey, I ain't did yet. I'm on my way! This is recording 503. I'm still going. Right? Take cover now! Get off the ground! No, no! That's you! Oh mein Gott Ah, oh mein Gott. Oh, geil. Wer ist der Benzer? Oh mein Gott. Alter. Wir sind verarschen. Wir sind verarschen. Loll. Ja, genau. Wo bin ich jetzt tot? Ach komm, ey. Okay, das ist es, Mann. Nein, ich bin tot. Ich bin auf meiner Weg. Wie viele Leute haben in den privaten Arm? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Einfach nur. Jetzt ist es nicht mehr. Oh, das ist aber. Ach ne, echt jetzt? Ich bin hier. Oh, wir haben es geschafft. Oh, das ist so cool. Ich bin hier. Okay. Ich bin hier. Das ist weg. Oh fuck So Das hier, durch die Welt! Usei-me als Cover, Frank! Du wirst nicht nach vorne! Bleib hinter mir, kiddo! Ich habe die Armour! So! Denommer! So! Sack! Wie geht's da hinten, Frank? I'm cool, just keep going! Gee, what? Come in! I'm trying to hold these guys, where are you? We ducked into a chicken factory to get away from the tanks! Chicken factory? Oh, I see it! I'll try and handle if anyone looks like they're going in! I need to hold that free! How you doing? Don't worry about me, just keep moving! There's even more of these bastards! You're in the way! Come on, you! There's a ground team on the way to the factory. I might be able to get the drop bottle. You do what you can do, Chef. We need to hold that. Oh, what can I do? Oh! 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 Der Chef steckt ihn? Vielleicht gibt es uns die Tür, wir brauchen einen Trennen! Die Plattform! Los geht's! Ich denke, sie denken, dass es mehr als einer von mir ist! Sie sind zurück! Okay! Hey! Geh raus aus der Stadt und rufe Lester für instruktionen! Ich habe moods! Du bist in Traver Phillips, mein Freund! Der Chef hat uns eine Pause, Leute! Los geht's unseren Trennen! Der Trennen! Es ist unsere einzige Schuss! Hier geht's! Hier geht's! Los geht's! Wir schaffen es! Auf und davon! Sehr schön! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Ich bin Freundlich! Agent Sanchez! Unsere eigene G-Man-G-Man-In-Training! Du musst aufhören, Freunde! Denn sie sind auf diese Trennen für Illegals! Und wenn du falsch bist, du wirst du gerät, Amigo! Sehr lustig! Ja, wenn du die beiden erwartet, du wirst dich auf, du wirst dich nicht verankert! Du wirst auf dich! Nicht Geld! Alles, was wir haben! Okay! für die Sicherheit in diesem Land! Komm schon, Franklin! Mann, ich will dich nach Hause! Ja! Oh, komm! Oh, komm! Super! Serious! Ahaha! Nein! Ernst! Oh Mann! Alles klar! So! Oh! Das Ding in Paletto! Kleine Stadt! Große Sache! Schön! Schön! So! Oh! Eine Mille! Sehr schön! So mache ich das! Okay! Sehr schön! Okay! Ich gehe schnell mal ab! Moment! So! Ich fahre mal kurz zu dem Tee, denn da machen wir als nächstes weiter! So! Oh! Ja, ich war jetzt sehr kurz, aber egal! So, meine liebe Leute! Mit diesem gelungenen Raubzug verabschiede ich mich von diesem Part! Wir sehen uns im nächsten, aber ich zeige uns noch kurz die Statistiken, also die Fortschrift, wie weit ich gerade bin! und dann sehen wir uns im nächsten Part! Alles Baletti! Alles klar! Äh, ja! Haut da rein! Ehh, Hanta!